Außerdem waren die fliegenden Dessous laut Regisseur die einzige computeranimierte Zero Gravity im ganzen Film. Und auch der sah man an, dass sie nichts von...macht keinen Sinn. Ab dem Einspieler, ne? Jawohl. Achso, ne, oder ab da, aber da habe ich mich rüber gedreht, meine ich, ne? Mhm. Wie gesagt. Meinst du oder weißt du? Ah, das meine ich im Moment gerade, aber ich meine, okay, dann ist er vor. Dann können wir einen Satz davor machen. Ja. Dann kann Peter auch noch mal mehr Häh sagen. Mhm. Du warst nämlich gar nicht so Häh über deinen Frasch. Kannst du dich noch ein bisschen mehr runter machen? Häh? Ein Moment, der Ton hält sich bitte. Ja, subtil. Wenn Andreas Ohren Wolpert ist, hat für ihn eine gute Entwicklung angenommen. Mhm. Ist das an zu viel? Nein, du kannst genommen, kannst aber angenommen sagen, also finde ich... Mir ist nur aufgefallen, dass du die Einzahl bei Gag benutzt hast, Gag und CGI, aber das... Aber das ist ja auch egal, die Gag-Dichte. Ich habe auch beschlossen, dass das egal ist. Du hast vorhin Graffiti gesagt statt Graffiti. Graffiti hast du gesagt. Graffiti hast du gesagt. Graffiti? Graffiti. Bei Gravi... Gravitation? Wer? Ich? Ja. Wo hatte ich das Wort denn überhaupt? Ah, das ist weit oben, aber wir haben dann da zu lange darüber diskutiert, dass wir es dann gelassen. Wir korrigieren. Wir korrigieren ab jetzt gar nichts mehr. Mach doch die CGI, dann meinst du, die KI macht doch das. Genau. Du hast doch die jetzt. Du hast doch dein dicker Buddy jetzt. Du hast doch... Ihr seid doch so, die KI und du. Nicht Kalki, sondern die KI. Ja. Dann braucht ihr uns doch gar nicht mehr. Wir können auch eigentlich nach Hause gehen. Die macht die letzten Moderation hier auch mit KI. Pssch, 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 pssch. Das haben sie ja sowieso schon rausgefunden. Das wissen sie ja jetzt sowieso schon bei... Oh, das ist krass. Komm, wir machen schön weiter. Na gut. Okay. Hm? Obwohl, dann könnt ihr auch noch mal hier Geister nachgeben. Ja, also wenn schon, denn schon, ne? Ja. Es geht direkt an die inszenatorische Leitung. Töde. Pff. Ja, sagt, ach fickt euch doch selbst ins Knie, hat sie höflich angemerkt. Mhm. So. So gehört sich das. So. So, wir würden gerne weiter drin. Wenn das vielleicht... Ich glaub, die diskutieren. Okay. Ach so. Machst du bis jetzt alt? Zehn Sekunden? Nee. Nee, lass auf, weil das macht auch, glaub ich... Aber das war jetzt für den Robert wichtig. Komisches Geräusch. Ja. So, jetzt mal. Und... Kinder, ihr seid aber wirklich nicht Schläferz... Schläferz-es gerade. Mhm. Das ist ja ein Geräusch, das man nicht zuordnen kann. Und bitte. Hä? Spricht da nicht, Mister, der Film geht mir komplett am Arsch vorbei, der die strenge drei Jahre nach Jurassic Park CGI-Schelte verteilt und... Ja, komm, den wir auch noch mal mit. Ja, fick doch die Hölle. Jetzt! Aber das hält. Hä? Das hält war gut. Hä? Ist schon mal besser, gut. Das lassen wir dich. Fang an, wenn man spricht da nicht. Na, ich drück noch mal. Oh, okay. In der Konzentration, ich schwitze in diesem Sack hier. Zieht man gar nicht. Na, na, na. Oh, bitte.